Glück auf aus Wuppertal. Mein Name ist Thomas Gutgesell. Ich bin Betriebsratsvorsitzender bei Profilator. 2020 haben wir im Rahmen eines Abweichungstarifvertrages das Projekt Arbeit 2020 Plus bei uns im Betrieb vereinbart. Mit über 100 Kolleginnen und Kollegen haben wir die Zukunftsthemen, die Handlungsfelder bei Profilator herausgearbeitet. Uns geht es jetzt darum, proaktiv gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen Profilator wieder in die richtige Richtung zu bringen. Dabei hat uns dieses Projekt Arbeit 2020 Plus sehr geholfen. Dafür möchte ich mich für allen Beteiligten bedanken.